Finde in diesem Video heraus, welcher Kindersitz der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Der Safety First Road Safe Dieser Kindersitz ist ein Babyautositz, der Bedienerfreundlichkeit, Komfort und Sicherheit kombiniert. Der Autositz hat eine einstellbare Kopfstütze, die mit einem Kind bis zu einem Alter von 10 bis 12 Jahren mitwächst. Die Kopfstütze, die sich in sechs Positionen einstellen lässt, kann an dein wachsendes Kind angepasst werden. Die verstellbare Rückenlehne und die leichte Gurtführung gewährleisten großen Komfort und hohe Sicherheit. Die Rücklehne des Road Safe lässt sich für optimalen Komfort bei jedem Trip zurückklappen. Britax Römer Dieses Modell wird in Fahrtrichtung angebracht und verfügt über sehr gute gepolsterte Seitenlehnen, Rückenlehne und Kopfstütze. Durch die Isofix-Befestigung kann der Kindersitz an der Karosserie befestigt werden und ist somit besonders sicher. Das Modell eignet sich für Kinder zwischen 9 und 36 Kilogramm, was etwa einem Alter von 9 Monaten bis 12 Jahren entspricht. Damit der Kindersitz jederzeit bequem und sicher für dein Kind ist, kannst du diesen in der Höhe verstellen und die Kopfstütze somit anpassen. Auch erwähnenswert ist, dass du hier eine große Auswahl an Farben hast und somit die passende für dein Kind auswählen kannst. Der Kindersitz verfügt über ein 5-Punkte-System zum Anschneiden des Kindes und sichert dies somit zuverlässig. Nachteilig ist, dass der Kindersitz in der Anschaffung etwas kostspieliger ist, was jedoch durch die lange Nutzungsdauer und Qualität gerechtfertigt wird. Da es sich hierbei um das Isofix-Befestigungssystem handelt, kann dieser Sitz vor allem in älteren Autos nicht befestigt werden. Informiere dich vor dem Kauf, ob sich der Kindersitz für dein Auto eignet. Als zweites der Kinderkraft-Kindersitz Dieser Kindersitz ist für 9-36 kg schwere Kinder geeignet und wird mit einem zusätzlichen Polster für kleine Kinder geliefert, damit auch diese bequem sitzen können. Um den Kindersitz zu befestigen, hast du hier das 3-Punkte-Befestigungssystem, welches du in wirklich jedem Auto nutzen kannst. Der Kindersitz ist in verschiedenen Farben verfügbar und zudem in der Anschaffung sehr günstig, was sich in der Verarbeitung jedoch nicht bemerkbar macht. Du kannst die Kopfstütze hier problemlos an dein Kind anpassen und somit sicherstellen, dass dies bequem und sicher sitzt. Über einen 5-Punkte-Gurt kannst du dein Kind hier anschneiden. Diese Variante ist besonders bequem und sicher. Der Kindersitz verfügt über einen Bezug, den du leicht waschen kannst. Nachteilig ist, dass die Seitenstützen nicht in der Breite verstellt werden können. Somit kannst du diese nicht enger stellen. Für jüngere Kinder könnt ihr hier jedoch die zusätzliche Einlage nutzen. Und als drittes der Lettas LTCS 916. Der Lettas Kindersitz ist drehbar und eignet sich für Kinder zwischen 0 und 36 kg. Du kannst den Kindersitz der Gruppe 3, 2, 1 und 0 somit ab Geburt verwenden und bis zum 12. Lebensjahr nutzen. Zu Beginn kannst du diesen Sitz kippen, damit das Baby hier bequem liegen kann. Im fortgeschrittenen Alter kannst du dann die Kopfstütze und die Rückenlehne ganz einfach an dein Kind anpassen. Mit einer Isofix-Befestigung wird der Kindersitz im Auto befestigt und ist somit besonders stabil. Praktisch ist auch, dass du diesen seitlich einstellen kannst, was vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt bei langen Autofahrten sehr gut ist. So ist dein Baby optimal geschützt. Aus sechs verschiedenen Farben kannst du hier die passende auswählen. Der Kindersitz verfügt über einen 5-Punkte-Gurt und kann euer Kind somit optimal sichern. Auf der Rückseite des Sitzes befindet sich eine Anleitung zur Anwendung des Sitzes. Nachteilig ist, dass sich die Isofix-Befestigung nicht für alle Automodelle eignet. Hast du ein älteres Modell, solltest du dich vor dem Kauf informieren, ob der Sitz passt. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!